Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde hier mit eurem Hank und der guten alten OKK. Heute wieder mit spannenden Themen hier für euch. Und wenn die... Was zum Geier wurde das denn jetzt? Und auch von mir ein herzliches Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde in Folge. Egal, ich würde einfach mal sagen, als wichtigste Themen haben wir heute eigentlich nur zwei, nämlich einmal eine kurze Meinung sowohl zum Teamspeak als auch alles was dazugehört, als auch noch was anderes, nämlich eine WhatsApp Gruppe. Details folgen nach der Wärmung. Auch mein nächstes Thema ist das, was ich gemeint habe, zum Teamspeak, nämlich, dass du erstmal mit... Also, ich glaube, ich lasse mich nach der Sendung erstmal untersuchen, was es zum Teamspeak zu sagen gibt. ist es nämlich, dass er wieder soweit einwandfrei funktioniert, wieder unter der altbekannten Adresse ultrakakeskanone.de www.9001, nein, ist das keine Telefonnummer, und das Forum, beziehungsweise die Seite, wo man den Countdowns erzählen konnte, wann das große neue Etwas, was auch immer da kommt, bereit sieht, ist immer noch unzugänglich. Da muss ich nochmal mit Chris reden, wie das jetzt aktuell aussieht, wenn ich was Näheres weiß, wisst ihr es zuerst vor mir. Und das zweite Thema, was wir heute hatten, war ja auch mit der WhatsApp-Kluppe, wo der ÖKK noch ein paar wichtige, äh, Details, Details hier auch zur Beleuchtung, was soll denn? Der Kaiser hätte hier erst hier irgendwelche, keine Ahnung, K-Büschel, die hier durchs Bild rennen, und jetzt geht die Belichtung nicht, ich weiß es auch nicht. Wir machen einfach Streit weiter, schon was wir an, auf jeden Fall, der ÖKK hat dann wirklich noch ein paar, äh, wichtige Themen dafür. Was ist los hier? Also ich würde sagen, bevor es in der öse Scheiße basiert, ich gebe das Wort endgültig an ÖKK, weil ich hab die Faxen dicke, macht's gut. Äh, okay, äh, ja, also was es zur WhatsApp-Gruppe noch zu sagen gibt, ist es nämlich, die Angel Clever, auch bekannt als sehr fleißiges Mithelfchen hier im Team, ähm, hat sich mal die Mühe gemacht, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, und, äh, muss ich gleich wegnehmen, ich selber bin da nicht drin, oder jemand anders aus der Leitung von unserem Team, weil, äh, Handynummern sollten schon irgendwo privat bleiben. Und, aber trotzdem, wenn es irgendwelche wichtigen Themen gibt aus der Gruppe leitet, äh, die Angel die sofort an mich weiter, also habt, könnt ihr da trotzdem gerne mit beitreten, um quasi näher an mir dran zu sein, das klingt falsch, aber auf jeden Fall, ähm, die Nummern, wenn ihr Lust habt beizutreten, könnt ihr an angel.clever.business.gmx.net, ich blende die Adresse sicherheitshalber nochmal ein, falls ich mich ja wieder verhasple, äh, könnt ihr die, eure Handy-Nummern quasi hinschicken, bitte nicht in die Kommentare, denkt dran, das kann mir sonst jeder lesen, äh, einfach mit hinschicken, und dann lädt euch die Angel zur WhatsApp-Gruppe ein. Und da werden wir auch schon bei der nächsten Kategorie, nämlich den Löcher, den Keks fragen, allerdings, Hank, beweg deinen Arsch hier wieder her! So, jetzt bin ich bereit, ab... Was soll denn die dämliche Off-Machung? Nimm den Hut weg! Gut, machen wir es halt ohne, aber es ist doch echt nicht normal, wenn hier was passiert, aber ganz ehrlich. Aber okay, kommen wir nun zu der allets beliebten Kategorie, den Löcher, den Keks fragen, in der Hoffnung, dass wir jetzt mal in Besuch bleiben. Und ja, erste Frage ist von RedEye... Diesen ganzen Blog-Text mal kurz gefasst, da war die Frage quasi, dass von Space Engineers die Frage, ob das weitergeht, weil ja mal der Trailer sowohl als Ankündigung gegolten hat, als auch Dark Messiah interne Informationen weitergegeben hat. Und, äh, ja, Monsieur, was sagen Sie dazu? Was Space Engineers angeht, ist es ein bisschen schwieriger, also, an sich hatte der Daniel schon das soweit richtig vermittelt, die, äh, Server-Qualität hat sich schon immens gebessert, wer mal die letzten Space Engineers Updates mitverfolgt hat, da haben sie nicht nur an sich an der Performance geschraubt, sondern auch, dass man beim Beitreten auf den Server endlich mal Ladebalken und alles sieht, also richtig viele schöne Verbesserungen. Allerdings haben wir bisher noch ein anderes sehr schönes Projekt in, äh, Bearbeitung, was mit Minecraft zu tun haben wird. Details folgen zur Zeit, wenn wir soweit sind, es zu präsentieren, weil Server und alles befindet sich noch im Aufbau, aber ich weihe vom Thema ab. Auf jeden Fall Space Engineers kommt nach diesem Projekt, wird es dann hoffentlich weitergehen, um Space Engineers quasi der Zeit noch, äh, den Entwicklern noch Zeit zu geben, das Spiel noch ein bisschen stabiler zu machen und dann hoffentlich auch endlich einen vernünftigen Server zu finden, damit wir dann wirklich ohne Unterbrechung endlich mal das Projekt weiterfinden können. Weil, wie gesagt, mir liegt das Projekt auch am Herzen, also das kommt weiter, und wenn nicht meinen verdammten Rechner dafür auseinandernehmen muss. Völlig wurscht, das geht weiter. Die nächste Frage kommt von Senke Tappe, nämlich, hattest du schon mal in einem Spiel so einen richtigen Ausreißer, und wenn ja, in welchem Spiel? Bevor wir zu ÖKK übergeben, möchte ich nur mal reklamieren, was wir hier für die ganze Zeit scheiße haben. Soweit, nämlich, ja, dass wir irgendwelche Geister hier Kissen durch die Gegend kriegen, Lichterflackern, ich hab die Waffe! Hey, worüber regst du dich denn so auf? Na, ich meine, guck dir doch mal die bisherige Folge an, hier kommt Kissen durchs Bild geflogen und all so ein Mist. Wer bist du eigentlich? Ich bin dein Gewissen. Mich hat grad irgendwas angefasst. Was ist denn das kleine Scheiße hier? Du kannst doch hier mal erzählen, ja, na, 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 na. Ich dachte nur, ich hab hier irgendwelche Komplexe. Aber nein, wir haben's bewiesen. Gewissen sind böse. Also, mein größtes Ausraster-Spiel war bisher immer das Spiel Claw. Wem das nochmal sagt, ist ein uraltes Spiel, ein Jump'n'Run, wo man quasi den Piraten-Captain, der eine Katze ist, spielt, der von Hunden gefangen genommen wird und dann halt seinen Weg raussucht aus der Gefangenschaft. Und da gab's einen bestimmten Boss in der Hafenstadt, war das glaube ich, der hat immer so die Energiebälle so schnell auf dich geschossen, egal was man da für Attacken gemacht hat. Oder ich war zum damaligen Zeitpunkt einfach zu doof. Ich hab den einfach nicht down gekriegt und ich bin hier so am Abend bald gelaufen. Es ist... Aber es war ein schönes Spiel bis zu diesem Punkt. Für die nächste Frage müssen wir irgendwo ganz fern ins Ausland greifen, denn die kommt von Guineapig Gamer. Die Namen werden echt immer abströser. Aber der fragt UKK, wie bist du eigentlich darauf gekommen, Videos zu machen? Also womit hat das angefangen? So, werde ich mal los. Also, dass ich irgendwas mit Videos machen will, das wurde mir dadurch bewusst, weil ich auch schon zusammen mit meiner Schwester als Kind so darstellerische Aufführungen im privaten Umkreis gemacht hatte und schon gemerkt habe, irgendwie das macht richtig Spaß. Und im Endeffekt war dann das alles LeFleut zu verdanken, dass ich mit YouTube überhaupt angefangen habe, weil wo ich damals noch die Videos gesehen habe mit ja 20 Spiele in so und so viel Sekunden oder wie viel das Titel hieß, ich fand das so zum Schreien lustig, dass ich das selber mal machen wollte, was ja auch mein allererstes Video war. Gibt es aber leider nicht mehr. Und ja, das war dann sozusagen die Anfangszeit von meinen Videos, bis es dann mit Minecraft angefangen hat und alles, was heute so schönes läuft. Und unsere nächste sehr kreative Frage oder Kommentar ist von Yannick Saliga, Halt den Mund. Hey, hey, was ist los? Halt den Mund. Momentchen mal. Kommentar? So, du willst also meinen Moderator den Mund verbieten, hä? Ich hab doch einen mit'n Knopf für dich. Danke. Danke. Ein großes herzlich Willkommen zurück an Enderboy HD, der mal wieder aus den Staubmelben der Kommentare aufgetaucht ist. Er hat auch mal wieder etwas Tolles gefragt, allerdings ist die Frage wieder so lang, die muss ich mal schnell vorlesen. Sekunde. Und zwar, Enderboy HD sagt, was heute nur zwei Kommentare von mir? Smiley! Das hab ich damit mal geändert und eine Frage. Kannst du mich nicht mehr leiden? Fragezeichen Smiley. Ich war seit zwei Videos nicht mehr dabei. Dann klauern als Hauptkommentar, nicht als Antwort wie heute. Hashtag Löcher den Keks und wuff! Wuff! Ob ich dich nicht mehr mag? Natürlich kann ich dich nicht mögen, deine Kommentare sind so ein Sch***! Scherz! Als nächste Frage kam wir von Shira Dremur. Heya, ÖKK, welcher Fußballfan und welches Hörerspieße nicht mehr ist? Entschulde ich mich mal kurz. Hallo? Wo ist denn der? Hallo? Ich glaub, irgendwas stimmt ja nicht. Ich hab mich wieder gefangen. Jetzt können wir auch die Fragen wieder ordentlich beantworten. Das mit den Fußballfällen sollte sich ja geklärt haben. Und dann für das Horrorspiel, ÖKK, KPD. Ähm, ich hatte zwar verdammt viel Schiss, aber das definitiv beste Horrorspiel, was mir bisher über den Weg gelaufen war, war definitiv 4. Ähm, da hatte ich mir schon so der erste Teil, der war ja in drei Einzelteile unterteilt, schon so gereicht, dass ich den zweiten nur angefangen hab und sofort wieder aufgehört hab, weil das war dann für mein zartes Gemüt zu viel. Wer das gerne machen möchte, ich stell hier mal einen Link für, äh, mal gucken, Amazon oder wo auch immer. Mal gucken, wo ihr euch das Spiel anschauen könnt. Es ist vielleicht ein bisschen vorhersehbar nach der Zeit, aber wenn ihr das selber spielt, es ist grauenvoll. Und damit war's das zur heutigen Gesprächsrunden-Folge. Endlich mal wieder auf normaler Kürze. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Video, Livestream, was auch immer. Und Hank, du hast das letzte Wort, aber von mir tüdelü. Bis zum nächsten Mal.